Willkommen zu Let's Play Resident Evil Revelations HD. Erstmals erschien Revelations im Jahre 2012 für den Nintendo 3DS. Zunächst als Spin-Off geplant war es bei Fans und Fachpresse doch sehr beliebt, da es anders als Teil 5 und 6 der Hauptserie doch wieder deutlich dunkler war und einfach mehr von dem klassischen Resident Evil Feeling aufkam. Daher entschloss ich Capcom 2013 zu einem Port auf Wii U, Playstation 3, Xbox 360 und PC. Ich selbst habe mit euch ja schon einige Resident Evil Let's Plays abgehalten, sei es Teil 1 und 0 für Gamecube und Playstation 4 oder Resident Evil 2, 4, 5, 6 und eben Revelations 1 und 2. Ja, ich habe Revelations schon 2012 auf dem 3DS Let's Played in einer Zeit als ich der einzige richtige deutsche 3DS Let's Player war und in dieser Anfangszeit gab es noch einen kleinen Störsignal, deswegen bin ich irgendwie ziemlich unzufrieden mit dem alten Revelations Let's Play. Immerhin haben wir hier eine völlig andere Generation. Ja, also Port ist ein bisschen hart gesagt, aber ein Remake würde ich es auch nicht nennen. Von 3DS auf die Heimkonsolen zu porten in HD, schon eine schwierige Angelegenheit. Aber ich freue mich sehr drauf, es ist nicht allzu lange, aber es ist nicht umsonst sehr beliebt bei den Fans. Unter anderem auch, weil Chris und Jill wieder Hauptcharaktere sind. Storytechnisch spielt das zwischen Resident Evil 4 und 5 und es ist ab 16 Jahren freigegeben. Deswegen das USK-Logo nur eher im ersten Part, lediglich bei ab 18 Let's Plays in jedem Part. Dann können wir auch schon beginnen. Resident Evil Revelations Das ist mir eigentlich schnuppe. Herunterladbare Inhalte werden überprüft. Es unterstützt ResidentEvil.net. Wollen Sie Ihre Infos daran senden? Darf ich einfach spielen? Okay, sehr gut. Ähm, ja. Das ist das erste Kapitelchen. Ihr seht, ich habe noch kein bisschen gezockt. Ich kenne die 3DS-Variante, Aber das hier dürfte sich inhaltlich nicht unterscheiden, oder? Gucken wir mal ganz kurz in die Option und dann kann es... Ja, nee. Alles dufte. Dann kann es auch schon losgehen. Mit der Story und dem Intro. Viel Spaß, Leute. Leicht normal oder höllisch? Ich glaube, normal ist ganz gut. Speicherdaten gespeichert. Bitte schalten Sie die View nicht aus. Speichern beendet. Mit L und B können Sie sich schnell umdrehen. Ladevorgang. Hey, Jill. Unglaublich. Die Queen Zenobia. Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum. Wir müssen an Bord kommen. vembenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenben Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... Genau hier auf diesem Schiff. Und damit geht es auch schon rein ins Spiel. Ich finde es ein wunderbares Setting. Es muss nicht immer eine Gruselvilla sein. Auf diesem Schiff sind wir auch verloren. Abgegrenzt von der Außenwelt. Eigentlich besser sogar als bei diesem Bald-Und-Tail-1. Die Steuerung geht gut in Fleisch und Blut über. Mit dem linken Stick, also ich spiele mit dem Pro-Controller, aber es sollte mit dem Gamepad genauso funktionieren. Mit dem linken Stick bewege ich mich und mit dem rechten mache ich die Kamera. Jetzt gucke ich mal das Messer mit ZR. ZL ist Zielen. Und schießen bestimmt dann wieder auf rechts. Die Munition will ich jetzt nicht verschwenden. Warum nicht mit dem Messer probieren? Damit geht es auch. Tutorial sagt mir, schieß auf und ich sage, nee. Ich verschwende meine Munition nicht. Ja, wir haben ja auch schon Revelations 2 Let's Play, welches für Playstation 4 herauskam. Und ich hätte mir das hier ehrlich gesagt, rein technisch natürlich, von der Grafik her schlimmer vorgestellt. Ja, ich denke, es geht klar. Ist ja absichtlich nicht für Xbox One oder PS4 erschienen. Und für Wii U. What the? PS3 und Xbox 360 geht das klar. Ist eigentlich ganz schön. Aber mal sehen, vielleicht sind später manche Texturen nicht mehr überragend. Aber beschweren will ich mich nicht. So, wunderbarer Sif. Da sabbert jemand. Übrigens ist das Spiel auch in Kapitel unterteilt, wie wir es zuletzt gesehen haben. Bei Antidorn zum Beispiel. Irgendwas in den Lüftung. Lüftungsschacht. Fire Exting Usher. Hier trennt sich der Weg. Da tropft Blut aus den Rohren. Hallo. Der ist aber mutiert. Sein Arm. So eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Ach, es geht so. So eine Mutation haben wir in Resi des Öfteren bewundern dürfen. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz nice. Ich denke immer, manche sagen, es wäre nicht so das beste Spiel, weil... Ja, oder sagen viele, dass das... Oh mein Gott, das ist altes Resident Evil Feeling, weil sie sich halt von Jill und Chris planten lassen. Ist nur eine Vermutung. Aber ich finde es ja auch nicht schlecht. Und vor allen Dingen, Revelation 2 hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kommt noch ein dritter Teil. Ich würde mich freuen. Denn die funktionieren ein bisschen anders als... ...die der Hauptserie, wobei wir bei Resident Evil 7 nächstes Jahr auch so einiges erwarten dürfen. Habe ich schon... What the... ...ein Video dazu gemacht, zur Demo. Aber... ...mir persönlich hat Resident Evil 6 auch sehr gut gefallen. Gut, vor allen Dingen, die Chris-Kampagne war ein bisschen ätzend, aber... ...muss ja nicht alles gut laufen. Okay, das ist eine Textur, die sieht jetzt ein bisschen 3DS-mäßig aus. Das wollten die bestimmt auch nicht so detailliert machen. So, oben rechts haben wir eine Karte. Auffällig ist, dass das Video-Gamepad aus ist. Es gibt ja so ein paar Funktionen in dem Game... ...wo ich dachte, okay, cool. Das ist toll auf das Gamepad jetzt abgepasst, wo man den unteren Bildschirm des 3DS benutzt hat. Bin mal gespannt, wie man das hier löst. Aber bei PS3 und Xbox 360 wäre das ja auch nicht möglich gewesen. Ähm, hier liegt jemand. Hallo! Aber er liegt doch recht bequem, oder? Ich will ja nicht über die Technik lästern. Aber eigentlich sieht es auch noch besser aus als Resident Evil 4. Wobei Resident Evil 4, 5 und 6 jetzt auch PS4-Remakes oder Remastered-Versionen bestimmt... ...bekommen haben und bei Teil 4 hätte ich schon definitiv Bock drauf. Was liegt denn hier? Blut verschmiert. Wollen wir da ran? Na klar wollen wir. Ich hab da was. Glaube eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Das ist also nicht, Chris. Der obligatorische erste Zombie. Wobei es sind eher... B.O.W. Bio-organische Waffen. Diese Mutanten. Denn die Zombie-Ära ist ja eigentlich schon vorbei. Wie man sie kennt. Aus Teil 1 bis 3. Komm, Parker, hilf mir. Du hast unendlich Munition. Ich nicht. In the face. Das erklärt dann auch unser vermisstes Team. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Episode 1. In die Tiefe. An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke. Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergie-Matrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bioangriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bio-Terror-Organisation, unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bio-Terror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, scheiterte sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergie-Matrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terragrigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Aber, wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terragrigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Ah, da seid ihr ja. Oh, Brian. Auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. So heißt sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen, denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja, mach ich. Okay, Leute, das Genesis. Eine Art Scanner, aber erstmal ganz kurz, ne? Ist klar, das hier spielt vor den Ereignissen auf dem Schiff, auf der Queen Zenobia. Ja, ich wollte es nur mal dazu gesagt haben. Genesis Handbuch Version 1.09. Genesis, der Spitzname eines hochmodernen Bio-Scanners, der zurzeit vom Global Pharmaceutical Consortium getestet wird. Er scannt das Ziel mit einer speziellen Synchrotron-Strahlung. Die Ergebnisse nutzt er anschließend zur Analyse. Virenanalyse. Auch kleinste Virenmengen können entdeckt und analysiert werden. Impfstoffherstellung. Version so und so ermöglicht es, erstmals einfache Impfstoffe auf Basis der Virusanalyse herzustellen. Aufspüren. Mithilfe der Synchrotron-Strahlung kann man auch bestimmte Gegenstände aufspüren. Die Daten für Munition, Heilkräuter und so weiter sind im internen Speicher für weitere Tests hinterlegt. Wenn sich ein entsprechendes Objekt in der Nähe befindet, leuchtet der Bildschirm in der unteren rechten Ecke auf. Und dann scannen wir mal hier am Strand von Terra Cretia mit dem Genesis. Ein nicht so ganz spannender Abschnitt, aber er muss sein und das im ersten Part. Um euch ein besseres Bild von Resident Evil A Revelations zu machen, müsst ihr wohl ein paar Parts dranbleiben. Das vorab. Denn dieses Strandgesuche mit dem Genesis ist nicht repräsentativ. Die ganzen Schleimpolzen müssen wir scannen. Metall entdeckt. Das klingt doch schon mal sehr spannend. Vorsichtig. Keine Sorge. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe da was. Was ist das? Vielleicht eine technische Mutation. Das wäre der Beweis. Ich führe damit ein paar Dests durch. Macht ihr einfach mit der Untersuchung weiter. Klaro, klarissimo, O'Brien. So, ganz kurz. Etwas ist mir aufgefallen. Jetzt sieht das Ding ja okay aus, aber in der Zwischensequenz eben, als Parker den Schleimbolzen wieder runtergelassen hat, da sah es richtig 3DS-mäßig aus, das Ding. Könnt ihr mal kurz zurückspulen und darauf achten, wenn ihr wollt. So, bloß 12%. Da oben hängt noch was. Wunderschön. Und auch die Fingernägel von Jill. Nicht so ganz 2013. Aber ist nicht schlimm. Mir ist es egal. Ich möchte es aber trotzdem anmerken. Mein Job als Videospielkritiker. Wie ein Restaurantkritiker. Nee, Spaß. Und jetzt kommt er. Und er bewegt sich noch. So, aber hübsche Beißerchen. Schon mal über eine Modelkarriere als Steinbolzen nachgedacht. Ich meine, wir schaffen das. Und das war's auch schon. Da geht er down, da geht er down, da geht er down. Ich hoffe's zumindest, denn ich nähere mich jetzt. Und lasst gerne ihn mit Erfolg. 15%. Schönes, grünes Kraut. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Wie ich sehe, seid ihr okay. Macht weiter mit der Untersuchung. Aber äußerst vorsichtig. Wie Jill der Frage erstmal ausweicht mit Raccoon City. Was war das denn jetzt? 67%. Muss hier nochmal gucken. 11%. Ich dachte, das wäre viel kleiner. Es gibt ein 1% Stückchen. Das will ich nicht übersehen. Das wäre ziemlich schade, Marmelade. Oh, hab genug Munition. Das ist aber ärgerlich. Äh, Granate. Das ist gut. Das ist doch irgendwie... FBC. Hier hat sich bereits jemand umgesehen. Die BSAA und die FBC. Alter, ich bin doch dabei. Stress doch mal nicht. Das ist nur ein Item, ne? Objekt. Auch wieder Munition. Noch mehr Munition. Ich gehe am Krückstock. Hm. Ich kann aber ganz kurz auf den Steg gehen. Denn ich würde gerne einen Steg essen. Wortwitz. Oh, jetzt kriegt hier was auf dem Weg. Wir können uns ja mit bewegen, aber relativ lahm. Ich gucke mal hier gerade. 94%. Tatsächlich irgendwas. Ich gucke mal, der zählt. Also, den haben wir eh schon gescannt. Das weiß ich ja. Ging nicht die Hütte, die da noch stand, irgendwie auf? 100%. Dann ist ja gut. Wie blöd, dass man die Munition nicht mitnehmen kann. Man lässt die einfach da liegen. Erreicht ihre Analyserate 100%, erhalten sie einen Gegenstand zur Regenerierung. Die Analyserate verringert sich, wenn Feinde gleicher Art gescannt werden. So, O'Brien. Haben wir diesen langweiligen Abschnitt gleich gelöst. Nur noch er. Komm, wir werden noch Munition los. Bam, 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 bam. Haut den Schurken auf die Gurken. Oder ins Maul. Kann ich einen guten Zahnarzt empfehlen? Das ist jetzt keine Kritik. Aber einen Tick-Tack müsste ich ja auch mal reinschmeißen. Bei dem Geruch. Und. Scan. Abgeschlossen. Das war wohl nichts Besonderes für euch, was? Gut, genug Erbungen. Alles Pille-Palle. Okay, hier scheint ja nichts weiter drin zu sein. Hast du das gesehen, O'Brien? Sensationell, was? Da seid ihr ja. Gute Arbeit. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Das ist die Notfallnummer. Ja, ich bin's. Mhm. Was? Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Gut, dann los. Jill, Parker. Ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ja. Warum? Wir wissen's leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Ich dachte, sie suchen in den Bergen nach Veltro. Aber ihrer Position nach sind sie auf... Einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Yes, Sir. Das war der erste kleine Bereich. Rang S. Also alles super. Ich weiß, dieser Part hat nicht viel ausgesagt. Aber es war ein Start. Und deswegen sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann wieder auf der Queen Zenobia. Oder als Chris und Jessica. Was mit ihnen zuvor geschehen ist. Es wird auf jeden Fall spannend. Okay. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bei Resident Evil Revelations. Die Wii U-Version. Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!